Moin, liebe Top-Familie und liebe The Voice, wir haben es da draus und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen hier. Wir sprechen über die dritten Battles, über die vorletzten acht. Morgen um diese Zeit sprechen wir dann über die letzten Battles, ehe es dann in die Teamfights geht. Ich bin nicht überzeugt von dieser Runde. Ich mag die Teamfights nicht. Ich mochte schon letztes Jahr nicht. Ja, können wir nur nächste Woche darauf gespannt sein. Ich weiß nicht, ob es vier Shows gibt. Zwei, drei, man wird es sehen. Von daher, ja. Aber da kümmern wir uns jetzt nächste Woche rum. Deswegen lasst hier schon mal vorab einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und vor allem schreibt in die Kommentare, wer wäre für euch weitergekommen, hättet ihr genauso entschieden. Wir hatten interessante Battles dabei. Ich war vielleicht auch ein bisschen streng, muss ich zugeben. Also, ich habe sehr oft, kann ich schon mal vorab nehmen oder vorweg nehmen, ähm, eher tatsächlich mich für keinen entschieden. Dazu aber mehr. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mit dem ersten Auftritt. Und das war in Team Samu. Und zwar diese beiden hier. Da haben wir einmal zur Linken Pascal Bucherer-Klingler und zur Rechten Katrin Sperling. Für beide habe ich mich tatsächlich in den Blinds umgedreht. Beide haben gesungen das Lied Forgive Me Friend von Smith & Cell. Was ja auch tatsächlich, so wie man ja gehört hat, Samus Lieblingslied ist. Es ist ein cooles Lied. Ich finde, das Lied macht eine gute Stimmung. Eine gute Grundstimmung. Beide haben natürlich was vollkommen anderes in den Blinds gesungen. So, das darf man jetzt nicht vergessen dabei. Aber ich finde, beide mussten sich erstmal auch in diesen Song reinfinden. Sowohl beim Coaching, was wir gesehen haben, aber auch in den Auftritt. Es war so ein bisschen behäbig. Es war so ein bisschen lustlos, mit wenig Druck. Obwohl lustlos ist vielleicht das Falsche Wort. Aber mit zu wenig Druck, mit ein bisschen zu wenig Enthusiasmus. Was man da vielleicht auch mit reinbringen sollte in diesem gute Laune Lied. Mir war das insgesamt zu wenig. Und wenn man dann ja auch eben die Qualität ja eben in den Teams sieht. Und wer auch Gas gibt. Und auch versucht eben eine andere Facette auch eben von sich zu zeigen. Mit solch einem Talent geht man weiter. Mit solchen eher nicht. Und deswegen hätte ich mich hier tatsächlich für keinen entschieden. Samu genauso. Samu hat sich tatsächlich dann genauso entschieden, keinen mitzunehmen. Ist das natürlich dann bitter, wenn man nochmal so bedenkt. Hm, in den Blinds, man war vielleicht ein Zweier, Dreier oder sogar ein Vierer Buzzer. Aber wenn du nicht dann so auch an dir arbeitest. Dann, ja. Kann es halt nichts denken. Und so ist leider bei diesem Duell eben aus beiden nichts geworden. Beide sind draußen. Machen wir weiter mit Duell Nummer 2 und das aus Team Kamrad. Ich würde sogar fast mit sagen. Boah, ich gehe nochmal hier so alles durch. Ähm. Ich würde sogar ganz recht behaupten, das war das stärkste Duell. Zweifelsohne. Beide auf einem Level. Und da sprechen wir einmal über Pino Severino auf der Linken. Und direkt hier hinter mir Aris. Aris, 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 Aris. Ähm. Die haben das Lied Unholy von Sam Smith gesungen. Das Lied spricht natürlich schon Bände. Ist natürlich ein großes Lied. Ein beliebtes Lied. Ähm. Ich erinnere mich noch wie die Black Mamba. Alias ja, ähm, Felix van Jascharov, das bei Sima Singer gesungen hat. Erinnere ich mich auch noch dran. Jedenfalls. Ich, ähm. Fande die Choreo, den Auftritt von beiden erstmal allgemein gesehen stark. Wirklich stark. Hat Kamrad was Gutes zusammengestellt. Es war, finde ich, ein Duell auf Augenhöhe. Ich konnte nicht direkt ausmachen, wer überzeugt mich mehr mit der Stimme. Wobei man ja auch nochmal sagen muss, für Aris habe ich mich in den Blinds entschieden. Oder habe ich mich umgedreht. Bei Pino tatsächlich nicht. Bei Pino war es eine deutliche Leistungssteigerung. Ähm. Und. Da habe ich dann noch so überlegt. Was überzeugt mich mehr? Pino hat mich schon mit der Stimme auch beeindruckt. Hat da so ein paar schöne, auch tiefe Stimmlagen mit rausgehauen. Die mir gut gefallen haben. Ähm. Aber insgesamt von der Stimme her, war ich dann doch bei Aris. Und deswegen hätte ich ihn vielleicht einen Ticken mehr mitgenommen. Aber Kamrad hat tatsächlich am Ende dann doch beide mitgenommen. Kann man auch mit gut leben, denke ich. Beide haben sich gefreut. Und von daher gehen beide da positiv aus diesem Battle hervor. Dann machen wir weiter mit Duell Nummer 3. Und sprechen über diese beiden hier. Ja, jetzt ist das in dem Format. Ich muss hier vorweg nehmen. Ähm. Bilder sind tatsächlich nicht unbedingt, ähm, ähm, in einem guten Format. Ach, ich muss jetzt, muss da auf eine neue Seite umsteigen. So viel kann ich hier schon mal eben sagen. Ähm. Ja. Wir sprechen hier über das Team Mark. Und einmal zur Linken, Elias Zubelay. Habe ich mich nicht für in den Blinds entschieden. Und Jacqueline Heide. Habe ich mich auch nicht für entschieden. Ähm. Beide haben das Lied Wild World von Cat Stevens gesungen. Und Mark hat ja schon vorweg was gesagt. Man muss da Gefühl mit reinbringen. Auch wenn es eine andere Version des Liedes war. So habe ich aber bei beiden nicht unbedingt ein starkes Gefühl herausgehört. Das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Ähm. Von der Stimmlage, von der Sicherheit, war ich dann ein bisschen mehr bei Elias. Ein Ticken mehr bei Elias. Ähm. Elias, finde ich, hat schon sowas Besonderes in der Stimme. Der hat da eine gewisse Stimmfarbe. Die, finde ich, schon auch einem gefällt. Deswegen, wenn, dann wäre ich eher ein Ticken mit ihm gegangen. Aber tatsächlich habe ich mich entschieden, keinen mitzunehmen. Mir war es dann doch insgesamt zu wenig. Mark hat sich dann aber eher dafür entschieden, er nimmt Elias mit. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Weil er dann doch in diesem Battle überzeugender war. Da war mir Jacqueline ein bisschen zu schwach. Hat sich nicht vielleicht so auch aufs Lied eingelassen. Ja. Jedenfalls kann ich dann irgendwie schon seine Entscheidung nachvollziehen. Ich hätte mich denn noch anders entschieden. Dann machen wir weiter mit Duell Nummer 4 und sprechen über diese beiden hier. Das hier ist aus Team Yvonne. Einmal zur Linken. Selina, Lücke. Und direkt hier hinter mir haben wir Brandon Osborne. Sehen ja aus Kanada. Genau. Die haben das Lied gesungen, Don't Let Me Be Misunderstood von Nina Simone. Ein schönes Lied, ein starkes Lied, ein ausdrucksstarkes Lied. Ich finde, Brandon hat das schon gut betont. Selina hat mir da ein paar zu schiefe Töne rausgehauen. Ein paar Mal finde ich auch eher geschrien, anstatt gewisse Wörter zu betonen oder kraftvoll zu singen. Das hat mir so ein bisschen, sag ich mal, da war ich so ein bisschen am Zweifeln. Hm, was macht sie da? Auch so ein paar Endphrasierungen fand ich nicht stark von ihr. Beide aber auch insgesamt in diesem Song nicht konstant genug. Ich wäre mit keinem gegangen. Und tatsächlich hat sich Yvonne auch so entschieden, keinen mitzunehmen. Was dann, finde ich, so ein bisschen negativ aufstößt, ist dann so gesehen der Abgang von beiden. Denn während Brandon in die Launch geht, wo alle Kandidaten sind, meinte Selina, nö, ich gehe hier weiter. Ich muss jetzt so für mich allein sein, war traurig. Ja, du kannst traurig sein, aber das ist setzte Game, Showbusiness. Und da kannst du dich irgendwie dann, sag ich mal, so ganz sagen, nee, ist ja alles gut und ich besänftige dich noch. Das Geschäft ist knallhart. Ja, so traurig ist vielleicht dann auch eben Klingmark. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt sie ist, aber das fand ich so ein bisschen unsportlich, wenn ihr mich fragt. Und ja, dann machen wir weiter mit Duell Nummer 5 und sprechen über diese hier. Ihr seht, wieder anderes Bild deswegen. Und zwar sprechen wir hier aus Team Samu einmal über Emily, da hinten Emily König und hier hinter mir Skorpion. Ähm, die haben das Lied gesungen, We Can't Be Friends von Ariana Grande. Ähm, ich finde, beide hatten die richtige Attitude, aber wenn ein bisschen mehr, dann Skorpion. Skorpion habe ich mich tatsächlich jedenfalls nicht für entschieden, bei Emily schon, die sich ja auch sehr stark engagiert. Ich finde, Emily musste sich so ein bisschen in das Lied reinfinden, hat aber eine gute Stimmfarbe und eine gute Stimmung. Da mit reingebracht. Ähm, und vor allem muss man sagen, die haben sich gegenseitig sehr stark nach oben gepusht. Also, ähm, so dieses Miteinander singen und nacheinander und dann auch dieses Anschauen, was beide gemacht haben. So dieses Spielchen miteinander, hat eben dafür gesorgt, dass beide auch stärker wurden. Rein von der Stimme hätte ich tatsächlich mich diesmal umentschieden. Ähm, im Gegensatz zu dem Leinz und hätte eher Skorpion mitgenommen. Weil ich ihn dann doch dann ticken stärker, ein bisschen sicherer fand. Tatsächlich hat sich aber Samu für beide entschieden. Was natürlich dann eben teig ist für die Show, worüber wir morgen sprechen. Ja, heute Abend kommt, deswegen heute Abend einschalten auf Satt 1, genau. Äh, musste gerade nochmal überlegen. Ich glaube, heute ist ja Satt 1, ich glaube, gestern war ja ProSieben. Jedenfalls wäre ich eher mit Skorpion gegangen, ähm, aber tatsächlich, wie gesagt, äh, er ist ja mit beiden gegangen. Wird kritisch. Ich bin gespannt auf die letzten beiden Battles aus seinem Team, wer da antritt. Ich hab da jetzt keinen Überblick. Oder welche Namen irgendwie im Kopf, die da noch fehlen. Deswegen, das wird, glaube ich, sehr interessant. Dann machen wir weiter mit Duell Nummer 6 und sprechen über die beiden hier. Ähm, das ist aus Team Kamrad. Einmal da hinten, zur linken. Äh, Marc Phillips habe ich mich nicht für den Leins entschieden. Und hinter mir, Hannes Volz habe ich mich ebenfalls nicht für entschieden. Hier haben wir das Lied I Will Wait von Mumford & Sons gesungen. Tolles Lied. Gute Laune Lied, beide auf der Gitarre. Und ich glaube, darunter hat so ein bisschen vielleicht auch dieses Battle gelitten. Wenn man Gitarre spielt, sich darauf konzentriert, auch noch singt. Das bringt einen raus. Ich finde, keiner hat hier so richtig Stärken ausgespielt. Finde ich in diesem Battle, das war mir zu wenig. Das war keine Unterhaltung, Gesang ein bisschen zu lasch, zu dünn. Ähm, dass man sagen kann, es reicht eben für die Team-Fallziehung kommen, wo ja wirklich die Konkurrenz enorm stark ist. Deswegen, ich hätte hier Kain mitgenommen. Und tatsächlich, so hat sich auch dann Kamrad am Ende entschieden, nachvollziehbar. Kann ich total verstehen, dass er dann Kain mitnimmt. Kommen wir zum vorletzten Battle und sprechen über diese beiden hier aus Team Mark. Und zwar einmal zur Linken Charlu Shizenga und direkt hinter mir Gina Bulach. Die beiden haben das Lied gesungen, My Love is Your Love von Whitney Houston. Aber in einer leicht verändernden Version. Ähm, tatsächlich habe ich mich für beide nicht in den Blinds entschieden. Ich finde auch hier bei diesem Auftritt fand ich es ein bisschen wieder zu dünn, zu schwach. Ähm, nicht überzeugend genug. Irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich kann aber auch nicht so direkt sagen, was, ob es jetzt irgendwie Gesang oder doch Unterhaltung ist. Oder so ein Mix eher aus beiden. Es war mir jetzt zu wenig, deswegen wäre ich hier mit keinem gegangen, sodass Mark vielleicht dann ein Duell hat, wo er dann vielleicht nochmal zwei sicher mitnehmen kann. Tatsächlich hat sich aber Mark dann für Gina entschieden. Finde ich schwer. Also Gina ist auf jeden Fall schlagbar, finde ich, in den Teamfights. Ähm, sage ich jetzt erstmal. Ja. Ich glaube nicht, dass es für sie reicht in der nächsten Runde. Aber man wird sehen, wie gut sie da dann abschneidet. Jedenfalls, ich wäre da eher mit keinem gegangen. Und dann kommen wir zum letzten Duell und sprechen über die beiden hier. Und zwar aus Team Yvonne zur Linken. Jason Klaes und hier hinter mir Anima Beka. Ähm, für keinen von beiden habe ich mich in den Blinds entschieden. Und umso interessanter ist dann auch das Lied, nämlich Give Me One Reason von Tracy Chapman und Eric Clapton. Ein schönes Lied, wirklich ein sehr, sehr schönes Lied. Ähm, ich finde, beide haben sich gut in dieses Lied, sag ich mal, reingesungen. Ich finde, die haben sich auch hier, finde ich, so gegenseitig gepusht. Ich fand ja beide hier deutlich stärker als in den Blinds. Deutlich stärker. Ähm, weswegen finde ich das auch wahr. Es war auch wirklich auch so auf Augenhöhe, dieses Duell. Und deswegen fand ich diese Entscheidung so für mich persönlich schwer, weil, womit willst du gehen? So mit einer kraftvollen Stimme oder eher mit so einer unschuldigen Stimme, sag ich jetzt mal. Aber irgendwie mit einer interessanten Stimmfarbe eben von Jason. Ähm, ich glaube, ich persönlich, wenn ich mich nur für einen entschieden hätte. Weil Yvonne ja auch schon ein volles Team hat, wäre, glaube ich, eher mit Anima gegangen. Ähm, tatsächlich hat sich aber Yvonne dazu entschieden, ich nehme beide mit. Schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Platz er hat. Ich glaube, waren es noch vier oder drei. Wird natürlich kritisch bei der letzten Duellen. Mal gucken, was da noch offen ist. Jedenfalls, ähm, ja. Soviel also hier zu den Auftritten, meine Lieben. Also, hättet ihr euch genauso entschieden, schreibt es unten in die Kommentare hin. Wir sehen uns dann morgen wieder um die gleiche Zeit. Und dann kümmern wir uns, wie gesagt, um die letzten Battles, ehe es in die Teamfights geht. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Ich wünsche euch hier schon mal vorab ein wunderschönes Wochenende. Einen schönen Freitag noch. Und, ähm, ja. Euch einen schönen Tag. Lasst uns auch noch um da. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen. Anpfiff, abpfiff, tor. Ciao. Liebe Todd-Familie. Und so war es für uns da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.